Opus Greenit präsentiert Zukunft erleben mit Familie Müller Heute das flexible Zimmer Ein großer Tag für Patricia Heute feiert sie ihren 10. Geburtstag Vor der ganzen Familie verkündet Papa Edgar die Geschenkebotschaft Für ein neues Zimmer Jugend statt Kinderzimmer Für Patti ein neuer Abschnitt Die zwei fangen an zu wirbeln Kuschelbär raus Poster runter Neuer Schreibtisch rein Aber der Schalter ist im Weg Da war doch was Also Schalter und Thermostat sind völlig frei positionierbar Weil die Kabel und Batterielos sind Ist also kein Problem abzunehmen Dranheften, funktioniert immer Schalter nie mehr ein Deko-Hindernis? Beruhigend zu wissen Und das gilt selbstverständlich auch für Thermostate Patti und ihr Papa geben alles Am Ende darf das Geburtstagskind sogar die Schalterfarbe Passend zum neuen Zimmer auswählen Ein aufregender Tag geht zu Ende Ich find's toll Patti hat jetzt ihr eigenes Jugendzimmer Na dann, gute Nacht Patti Intelligente Gebäudetechnik Mehr Infos unter www.opusgreen.net Oder bei ihrem Elektrofachbetrieb Und das Beste daran Die Technik ist wirklich einfach und jederzeit nachrüstbar Das ist wirklich einfach und jederzeit nach euch Und das hat mir gesagt Cuando diese Amerikaner